hallo und herzlich willkommen zurück zu einer runde astroloards ich habe gerade hier vorne was hingebaut und dann fingen wir sofort wieder anzubauen ich glaube wir müssen alle verbunden sein obwohl am anfang war es ja so dass ich das nicht brauchte na egal aber vielleicht hatte ich ja hier wieder ein bisschen platz dass er wieder was aufbauen kann die kristalle weil sie sind ja auch nicht mehr gut sei jetzt nur noch blau okay ich habe gerade jetzt nur das hier erforscht das arsenal im bahnhaus noch mal gucken was man hier noch zu machen kann wir kriegen keine hilfe mehr also hier sind auf jeden fall die erfindungen die du machen kannst es kostet tausend die stunde keine ahnung wie viel habe ich denn davon wir müssen die einheit eigentlich oh strom 20 zu 30 das sieht ja noch gut aus noch äh system ok das ist der chat der blinkt hier komplett so so läuft da ach es ist so schon wieder voll und dann arbeitet er nicht mehr ok dann müssen wir das jetzt auch jetzt da abgeht maximal um limit ist ja schon erreicht wir können dann nicht muss haben wir da bestellen wir mal dann bestellen wir auch mal wenn wir schon mal so fleißig am bestellen sind da kann man nichts bestellen beim nrg kann man auch nichts machen ok ja das ist bestimmt hier für welts und sowas diplomatie briefkasten das haben wir ja schon gekriegt oder das ist bestimmt für und das ist für 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 freunde und so was mache ich jetzt hier muss ich jetzt warten müssen was gefunden hat war das fertig lasst mich raus hier ok das dauert mich zu lang was ist da ich habe keine mission ah ich habe keine mission obwohl ok 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 das ist auch cool wenn du drauf klickst kriegst du informationen wofür die sachen sind ja ich brauche auf jeden fall ein wahrenhaus wo ich was reinstellen kann das habe ich auch noch nicht gebaut ne das ist der cyborg fabrik soldaten ok nanofabrik nanofabrik und laserfabrik ok da ist nur ein ein da wollte ich den auch gar nicht hinsetzen ok gut dass du nicht angefangen hast zu bauen so der pausiert warum auch immer keine ahnung und schauen wir mal ah da war hier noch an das bauen oder upgraden und dann kann man nichts mehr machen teleporter ok das schonmal alles dann machen wir hier rauf verschulden 88 wahrenhaus nice Festsparenhaus. Ja, das machen wir auch jetzt so. Ah, das ist hier zeitgebunden. Ah, ok. Also hier steht immer drin, was man am besten machen sollte. True War. Wir haben 0, wir brauchen 3. Warenhaus brauchen wir 1. Wird gebaut. Gleich. Wenn der Arm fertig ist. Und wenn ich das weiter empflegt habe. Und, 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 und. Jetzt arbeiten die auch wieder weiter. Ich hoffe, das Warenhaus ist so ein Dreier. Kann ich die 3 hier besetzen? Warum haben die hier eine Weihnachtskette? Ist doch gar kein Weihnachten mehr. So. Ein Kapitän. Man kann also 6 Kapitäne haben. Da ist er. Red Eye. Okay. Hier kann man Sachen kaufen. Ich habe 5.240. Ich habe da auch gesehen, man kann ein Premo Account kaufen. Das war hier drüber? Ne. Das sind die Sachen kaufen. Äh. Wo kann man ein Premo Account kaufen? Und dafür brauchst du dann das Rosane hier. Die ist Purchase. Oder wie das heißt. Profil. Nein. Ich will kein Plan eröffnen. Oh. Ne. Das ist eine Internetseite. Die möchte ich auch nicht. Ah. Hier kommt es auf der Internetseite. Ach. Hier bei Service war es genau. Für einen Monat. 6. 6. 600. Für 3 Monate. 1. 600. Und für ein Jahr. 4. 1000. Und wenn du das machst, hast du natürlich Vorteile. Und ihr könnt euch ja durchlesen, wenn ihr das machen wollt. Wenn ihr überhaupt das Spiel spielen wollt. Hier können wir nochmal so Sachen extra dazu kaufen. Können wir das auch für 60 kaufen. Oh. Für den Chat. 10. 10. 12. Unbegrenzte Chat. From Tam. Also man kann nicht unbegrenzt mit anderen Leuten schreiben. Denk mal aufsofern, wenn jemand mit einer Freundesliste ist. Sonst würde es ja kein Sinn machen, ne? So eine Freundesliste. Jo. aber hier oben auf service kann man sich sachen kaufen wer gerne geht um sowas investiert also ich ja nicht obwohl ich spiele gerade clash of clans und da habe ich jetzt auch schon geld investiert ungefähr 50 euro und das war bei clash of clans ich habe die bilder gekauft die fünf und dann die nichts was zu tun gehabt und ich hatte kein erz mehr scheiße erz wenn wir noch mal erz gekauft und dort war es doch so was kann der arm jetzt machen move upgrade das ist von level 1 bis 5 ich bin level 1 also ach den können wir abschließt also brauchen wir den nicht upgraden ich bin noch level 1 oder wo steht denn mein level eigentlich ich glaube das ist mein level die haupt base ich nehme erstmal alles in level 1 was ich machen kann oh mein wahrenhaus ist fertig nice nice so wo ist es da ist es hier äh können wir ja gleich was neues im forschung stellen oh was ist denn das hier ach bauen wir einfach egal hier ist meine da ist also bestimmt die seite alles für geld recycling und 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 das scheint mir alles nach waffen auszusehen laser fabrik rocket fabrik und hier geht es dann später weiter mit cyborg dann kommen wir da einfach mal an dann hört es hier auf wie kommt man den nachdauer tun ich weiß es nicht das wäre bestimmt irgendwann mal sehen so 20 jahren auf jeden Fall kann ich jetzt das haus bauen stimme das da rein warte mal wir ach ne abbrechen nämlich hier 34 34 34 34 34 34 34 damit der hier frei da da genau da reinbauen so jetzt arbeite da 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 braucht 20 energie ich hab nur noch 10 na gut dann muss man nochmal energie bauen da ach komm ach komm bauen wir hier hin das hat alles schön verbunden miteinander da ich könnte den auch upgraden oder nicht einer bringt plus 10 energie 30 habe ich eine station bringt 20 der 10 ja genau sprich jetzt habe ich wieder energie oh da dann bauen wir jetzt als nächstes den hier das ist das ist das ist den soll ich bauen der braucht 20 muss ja noch 2 von denen hier bauen na gut dann bauen wir gleich nochmal 2 von von denen aber ich denke mal bis dahin wird ihr nicht mehr da sein sagen wir mal was beim nächsten Morgen ja am Anfang ganz am Anfang geht es ganz schnell und dann fängt es an bis hin zu dauern der hat keinen Strom mehr der braucht 10 Strom der braucht 10 Strom warum braucht ihr alle Strom der braucht nur 5 Strom also 5, 10 also was sind 10, dann sind 20 30 30 40 40 40 50 60 ich habe doch nur 40 kriegen die die anderen 20 Strom her ich weiß es nicht na gut ich werde mal sagen ich baue jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter und zeige ich euch beim nächsten Mal wie die Basis dann aussieht bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf wir lassen den Schuss �